Elektromobilität verbindet Bayern und Sachsen. Die Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Stanislav Tillich wollen gemeinsam den Elektromobilen auf Deutschlands Straßen zum Durchbruch verhelfen. Die Freistaaten bewerben sich mit starken Partnern aus der Industrie für das Schaufenster Elektromobilität, einem Bundesförderprogramm. Ich verspreche mir, dass wir, wie der Kollege Tillich aus Sachsen gesagt hat, das zweite Mal das Auto erfinden. Das Automobil der Zukunft und das wird ein längerer Prozess. Und da gibt es viele, viele Fragen. Insbesondere wollen wir das Elektromobil der Bevölkerung näher bringen, dass sie eben das Elektromobil entdeckt und eines Tages auch mal kauft und nutzt. Das ist ja der Sinn. Das wird eine Zeit dauern, aber auf die längste Reise muss man bekanntlich mit dem ersten Schritt beginnen. Und es sind 150 Partner aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und es sind 80 Projekte und die belaufen sich auf einem Gesamtvolumen von etwa 200 Millionen. Also das ist eben auch auf der Achse München, Nürnberg, Oberfranken, Sachsen eben eine ganz große und in sich geschlossene Konzeption, um das Thema Elektromobilität voranzutreiben. Wir reden ja nicht nur von der Elektromobilität und vom Pkw allein, sondern wir reden von der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wir reden von Forschungsleistungen. Wir reden natürlich auch von einer Infrastruktur. Und das alles untereinander. Infrastruktur heißt also nicht nur der Hybridbus, sondern das heißt auch die Ladestation. Und ich glaube der Nutzer, das heißt der Kunde wird letztendlich der Profiteur sein, weil alle gemeinsam, aber vorneweg natürlich die Automobilindustrie hat großes Interesse daran, dass am Heimatmarkt auch die Elektromobilität eine der Formen der Bewegung auch der Zukunft ist. Das heißt wir werden nach wie vor natürlich den Verbrennungsmotor haben, aber wir werden die zukünftige Entwicklung ganz stark und ganz eindeutig im Bereich der Elektromobilität sehen. Bayern und Sachsen sind schon heute die Vorreiter bei der Elektromobilität. Mit dem Schaufenster können die beiden Freistaaten zur Leitregion werden. Also wir sind da sehr selbstbewusst, der Freistaat Bayern ja sowieso. Und wenn sich jetzt zwei Freistaaten noch zusammentun, dann sind wir eigentlich unschlagbar.